Sonja Ullmann spielt uns jetzt von Wolfgang Amadeus Mozart den ersten Satz aus der Sonate Facile C-Dur. Facile heißt leichte Sonate, aber ich kann Ihnen versichern, es ist nicht leicht, was von Mozart kommt und was man spielen soll. Also Sonja Ullmann, bitte. Applaus 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 Musik 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 Applaus 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 Äh, Sonja, du musst mir dein Geheimnis verraten, wie du die Driller übst. Wie übst du die Driller? Also mein Vater, der macht mit mir jedes Mal, wenn ich den Nutzer beübe, dann macht er mit mir eine Driller übst. Ah, zeigst du uns die? Oder dürfen wir das nicht wissen, ist das großes Geheimnis? Zeig mal, wie geht die Übung? Wir machen auch sicher nach. Wie geht die Übung? Das ist kein Stück. Nein, kein Stück, das ist ein Driller. Musik Danke, ich sehe schon. Sie meinen vielleicht, sie macht immer das gleiche, aber das stimmt nicht. Immer mit anderen zwei Fingern, ja. Sagt zu Papa, ich komme zu ihm, ich muss was nachrollen. Musik Also du hast super gespielt und sehr sehr schnell, ich habe richtig einen Schock gekriegt am Anfang. Aber du hast es durchgehalten und ich glaube, Mozart hätte sich sehr gefreut. Ja. 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 Ja.